Bitte sehr. Bitte sehr. Oh Gott, ein Hopplergleis, Frau. Ja, um Gottes Willen. Gott sei Dank. Das wäre ja eine schöne Bescherung gewesen. Danke Ihnen vielmals. Bitte sehr. Sagen Sie mal, sind das auch Gymnastikplatten? Wieso? Nein, im Gegenteil. Das sind sogar die neuesten Tanzschlager. Ganz neu? Ja, eben angekommen, ganz neu. Na, kann ich die mal hören? Gerne. Darf ich bitte? Was ich erträumt hab, doch stets nur versäumt hab, soll heut in Erfüllung mit mir gehen? Hast es seit Wochen mir heimlich versprochen? Nun werden wir endlich uns sehen. Heute Abend bei mir sag ich zu dir. Du bist mein Glück, das wie im Traum heut kam zu mir. Heute Abend bei mir tanze ich mit dir. Geht's Glück hinein. Kein Mensch kann sein so froh wie wir. Kein Mensch kann sein so froh wie wir. Und hat und hat alle Wein uns in Stimmung gebracht. Dann ist Vollmusik rings die Nacht. Heute Abend bei mir sag ich zu dir. Du bist mein Glück, das wie im Traum heut kam zu mir. Das ist aber ganz falsch, was Sie da machen. So, ich bin etwas aus der Übung gekommen. Was mach ich denn eigentlich falsch? Sie vergessen immer das linke Bein. Das lassen Sie stehen und nehmen es gar nicht mit. Wieso denn? Nein, nein. Darf ich Ihnen mal zeigen? Verzeihung. Das linke ist mit. Ach so. Ach bitte zeigen Sie mir doch noch mal, ja? Bei mir sag ich zu dir. Du bist mein Glück, das wie im Traum heut kam zu mir. Jetzt geht's schon viel besser. Ist richtig cool schon. Sehen Sie? Hat Ihnen das Lied gefallen? Sehr. Und Ihnen? Doch mein Lieblingslied. So. Und das spielen Sie jedem so vor? Oh nein. Sie sind der Erste. Ich meine nämlich, ich bin erst seit heute in diesem Laden. Also das liegt nämlich mit. Zur Erinnerung an diese nette Tanzstunde. Sieben Schillinge. Sagen Sie mal, Fräulein, haben Sie heute Abend was vor? Wieso? Ich habe nämlich da eine Karte bis zum Operettentheater und kann nicht hingehen. Hätten Sie Lust? Oh ja. Gerne. Logi. Dankeschön. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020